Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. Wir sind jetzt beim Ausgang dieser Höhle und da hinten habe ich noch nie geschaut. Ich dachte immer, man käme hier eh nicht drauf, aber gleich hier beim Felsen drauf kraxeln, springen reicht schon und dann hat man schon einen Teleporterstein und den Stößel. Wunderprächtig! Quest beendet. Haben wir das nächste drum gefunden. Sehr, sehr gut. Freut mich. So, als nächstes würde ich sagen, das speichern wir gleich. Das war jetzt wirklich sehr einfach. Das heißt, der nächste wäre auf Quila, 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 Kala, Kala. So, Schwertkappel. Schwert aus Glas, Bla Antigua. Hier, ja, Piratenflagge in der Nähe der eingeborenen Dorfs Kila finden. Okay. So, wo ist denn das? Das ist auch dort. Okay, das hilft mir auch nichts. Da komme ich noch nicht hin. Dasselbe mit dem Glasauge. Dann haben wir hier Kalator, Pistole, hier die Tatze der schwarzen Katze. Schauen wir da, Seekarte, la 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 la, ah, die ist hier zu kaufen, die gibt es hier zu kaufen. Gut, dann gehen wir mal ins Dorf, also bohrten wir uns mal ins Dorf und schauen, ob wir die uns käuflich erwerben können. Hallo, kleines Äffchen. So, ja, 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 spiel du nur. Dann hätten wir das auch. Das Voodoo dieser Indios mag seinen Nutzen haben, aber es ist weit entfernt von der Macht, die uns die Kristalle bieten. Ich gehe nur kurz schlafen. Mit Verlaub, bis zum nächsten Morgen, dass wir auch was sehen. So, weil für euch ist es jetzt ja immer zu dunkel. Ähm, was? Ach, nichts, ist schon gut, das kann warten. Danke. Gottes Wunderschön, der ist echt lästig. Muss der immer mit? So, ich hoffe, das ist nicht zu teuer, diesen Schatz zu kaufen. Ich will halt so viel Ruhm und Ehre sammeln wie möglich, damit wir uns weiterbilden können. Das wäre famos. Unschuldiges Äffchen. Ich tu dir nichts, keine Sorge. Du bist diejenige, die das verkauft. Bahati. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ci. Davolele. Davolele, ja. Ja, de bla bla, Tatze. Die müsste es sein. Nein. Warte, Tatze. Gibt es noch eine? Tatze des schwarzen Dingsbums. Dingsbums. So. Handel akzeptieren. Passt wieder 400 dazu. So, jetzt sind wir wieder pleite. Gott sei Dank. So, können wir gleich speichern. Ja. Nächste Quest. Ähm, Pistole da Carigua und Ornamentgürtel auf Kalador. Gut. Das da für Silberschatz von Captain Finch. Das schaue ich mir jetzt auch mal kurz an. Dann ist das auch da drüben. Ja. Ah, das ist dasselbe. Das ist der, die Piratenflagge Dings. Okay. Dann noch das Tafelsilber. Da haben wir mal zurück zu die Piraten. Zu die Piraten. Au. Und versuchen, das bei ihm zu verschärbeln. Äh, wow. Langsam. So, jetzt geht's. Ich glaub, das warst du, ne? Hallo, Colby. Tafelsilber. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Ja. Fünf Pokale. Fünf Silbertäller. Ein Silberpokal. Noch ein. Danke. Noch ein. Danke. So, ist die Quest damit schon beendet? Ich glaube... Mann, ich vermisse Takarigua. Ich glaube, oder? Mal kurz klubschen. Oder auch nicht. Edles Silber. Na, na. Da fehlen noch jeweils zwei. So, wie es ausschaut. Dann hat er das wirklich so schon gerechnet gehabt. Okay. Das muss halt nochmal herkommen. So, das zu dem. Dann wären wir hier schon wieder fertig, ne? Speichern. Ja. Nochmal kontrollieren. Aber ich glaube, wir sind ja da soweit fertig, ne? Öffert das große Tor geht ja leider nicht. Die Nervensäge. Wer zur Hölle, Idiot, Verlückt, Mut, beim Piraten aufgenommen. Der Kerl ist der Nerven zur Kastrophe. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt bei seinem losen Mund. Wirklich fürchte, ich werde ihn nicht so einfach wieder abschütteln. Ich will unbedingt in den Tempel im verbotenen Tal. Und ausgerechnet ich soll ihm dabei helfen. Ich werde ihn sicher nicht in meinem Kahn mitreißen lassen. Aber hier auf Kila kann ich kaum verhindern, dass er mir nicht nachläuft, sobald er mich sieht. Entweder ich poliere ihm die Fresse und schicke ihn in die Wüste. Oder ich tue, was er will, sonst drückt er mir nicht mehr von der Pelle. Das geht, glaube ich, noch nicht, ne? Der will auch da hin. Aber hier komme ich noch nicht durch. Ich glaube, das geht eh noch nicht. Da muss ich ja, dem hier gemeint, damit ich hier durch kann, muss ich mich ihnen anschließen, ne? Also hat quasi jede Insel so ein Gebiet, wo man erst hin kann, wenn man sich eine Fraktion angeschlossen hat. Hat seine Vorteile, kann man immer wieder was erkunden. Gut, dann wird das auch erledigt. Das reicht der Schatten, genau, das werden wir auch angehen. Dass wir die Kristallportale ruinieren, ich hoffe, das funktioniert. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit der Karigur an. Schauen wir gleich mal. Wo muss man denn da hin? Auf der Karigur. Das sollte kein Problem sein. Ich glaube, da darf man sogar hin, ne? Ja. Gut, dann werden wir uns, ähm, Seekautöre. Dann bohrt man uns hier wieder weg. Also, wir reisen, wir segeln wieder weg. So, wie es sich für den echten Piraten gehört. Ja. Die Herren, auf Wiedersehen. Und werde dann... Ein Wrack als Behausung? So viel Einfallsreichtum hätte ich den Piraten gar nicht zugetraut. Sehr freundlich. Gut, also wieder weg. Herr Schwesterchen, bis später an Bord. So. Und wir segeln. Ich speichere noch einmal für alle Fälle, dass nichts kaputt geht. Ja, warte mal. Warte mal. Habe ich da eine Quest eventuell übersehen? Vergessen. Warte mal ganz kurz. Feinschmecker, Waffe. Kristalle wollte ich noch was machen, ne? Reaktor. Ist da noch was offen? Altes Wissen. Kieler, Feinschmecker, Taranis, Waffe. Warte mal, die Crew. Schatten der Vergangenheit, Mendoza. Schwarzmagische Experimente, Bones, Peti anheuern, Shafar. Ungewöhnliches Kadett. Er will nun bei den Wächtern mitmischen und nicht wie die anderen Gnome, bla bla. In den Rang eines Wächters berufen wird. Satek anheuern. Äh, gut. Na, das hat mit dem jetzt nichts zu tun, ne? Wegen die Kristalle sammeln, meine ich. Nope. Dann nach Takarigua, würde ich sagen. Können noch mit ihm reden. Aber schaut gut aus. Gut, also in den See stechen. Dann nach Takarigua. Wir haben halt ein bisschen Sinn und herswitchen. So, zick zack, passt schon. So, Takarigua. Dann arbeiten wir hier jetzt weiter. Du kommst mit? Komm mit. Bitte. Ja. So, und zack. Zum Strand. Guten Tag, die Herren. Immer noch schön am Wache halten. Sehr löblich. Gut, wir porten uns. Ja, das ist halt ein bisschen eine blöde Stelle hier. Aber wir porten uns gleich mal hier hin. Buerto Sakarico. Und da müssen wir jetzt aufs Dach. Da gibt es sicher eine Liane, wo ich raufkraxeln kann. Und da oben am Dach sollte das gesuchte Item sein. Ich kann nicht glauben, dass du mich hierher schleppst. Mit diesem Soldatenpack habe ich nichts gemein. Es tut mir leid. Habe ich auch nicht gedacht. So, wir sind jetzt mal auf dem Dach. Das habe ich komplett übersehen, diese Dinge. Und ich denke mal, hier irgendwo sollte das drum liegen. Oder auch nicht. Aha. Zielscheibe. Und ein Groch. Und ein Fusel. Okay, sehr gut. Das ging jetzt einfach. Können wir sofort speichern. Das ging jetzt super. Dann als nächstes nächste Quest. Nächster Schatz. Was haben wir denn noch? Sonnenkristall. Taranis. Den kriegen wir noch nicht. Den auch noch nicht. Krabbenküste. Nein. Hier haben wir Andigua. Beuratenflagge geht auch nicht. Glasauge geht auch nicht. Kurbelwelle. Sind wir eine falsche Insel? Hier. Die Viole müsste sich in einem Schatz auf der Karigua befinden. Wo haben wir das denn? Kann ich da schon hin? Oder ist das wieder so ein LOL? Nee. Hier? Echt? Scheiße. Okay. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Dieser Platz gefällt mir wesentlich besser als mein Versteck am Strand. Das glaube ich dir. Hier irgendwo. Kann ich hier hoch oder was? Hoppala. Und hier nach hinten. Ah. Da könnte man nach hinten. Okay. Und jetzt da? Bin ich hier richtig? Da drüben? Da unten? War ich da schon? Wow. Huh. Hupa. 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 Halt ich das hier schon? Nein. Und zwar das X nicht da, ne? Na, passt schon. Ich war mal hier ohne Schaufel. So war das. Und hab den Schatz vergessen. Haha. So war das. Genau. Eine Schatztruhe. Der Schatz eines namenlosen Käpt'ns. Kerzenhalter, goldenes Zepter und Fiole. Nehmen wir alles mit. Die Fiole. Tada. Hammer. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbärchen. Widerspeicherungswürdig. Lol. So. Als nächstes. Das nächste Quest. So. Jetzt haben wir da schon einiges abgearbeitet. Ich bin sehr zufrieden. Kalador. Kalador. Und Antigua. Gut. Taranis. Ist falsch. Takarigua. Takarigua haben wir nix mehr. Da war ich fertig. Echt? War ich so brav? Wow. Aber. Da wäre noch. Na. Das reicht der Schatten. Takarigua. Auch auf Takarigua gibt es eine Kristallportal. Die Schatten vernichten die gesamte, äh, die ganze Südsee, wenn das so weiter geht. Genau. Das wäre noch zu machen. Da dürfen wir normalerweise hin. Glaube ich. Da oben. Da. Hier. Von hier aus nach da, nach da, hier so, zack, zack und dann hier. Na, da unten muss ich hin. Von da nach da unten muss ich laufen. Loll, könnte ich aber auch gleich von hier aus laufen? Bin ich schneller? Ja, das ist besser. So. Aber ich werde mich kurz nochmal hinlegen, weil ich merke gerade, ich bin angeschlagen. Guten Tag. Und ich trinke was. Das geht auch. Brauche ich nicht schlafen. Ist besser. Sauf, 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 sauf. Prost. Yeah. So. Ja. So. Einmal pusten. Gut. Dann schauen wir uns das Elend hier an. Ich war ja schon mal hier. Aber ich glaube, ich... Waren wir nicht sogar vorn beim Schädel? Ich konnte da aber noch nichts machen. Oder wohl? Oder hatte ich nichts zum Zerstören? Ich muss mir das jetzt nochmal anschauen. Oder ich war doch noch nicht dort, weil... Jetzt ist auf einmal ein Sumpfgolem hier oder so in der Richtung. Oder war der schon immer da? Hallo? Ich mach dich mal platt. Zack. 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 Jawohl. Hoppala. Ich stecke gerade fest. So. Gib mir dein Herz. Danke. Das passt gut. Die Trube machen wir auch gleich auf. Sehr gut. Sehr gut. I'm freeing. So. Ich hab keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ja. In der Tat. Geflammte Klinge. Geflammte Klinge. 40 bis 60? Ewige... Ein Flammenschwert wird raus. Warte, warte. Ist eine Stichwaffe. Macht Schaden. Nur sehr wenige Schmieden können so ein Meisterstück erschaffen. Ewige Flamme. Ich hätte alles, was wir brauchen. Ich müsste es nur noch schmieden. 45 bis 65. Magisches Feuer und scharfer Stahl bilden eine tödliche Einheit. Schnaps des Todes. Bauplan für Gargoyle. Amulett. Altes Wissen. Golemherz. Zunge brauche ich dafür. Kann einschüchtern. Alchemie-Astralsicht. Necromantie. Okay, ich nehm alles. Wie cool ist denn das, bitte? Wie cool ist denn das? Ich muss das nochmal speichern. Ich muss... Nein. Speichern wollte ich. Ich will nur schnell schauen, wie stark ist unsere Waffe. Ist unsere Waffe stärker? Die wir anhaben. Rechte Hand. Tatsächlich, sie ist etwas stärker. Blankenbrecher. Die schwere Klinge liegt gut in der Hand, aber sie macht nur zwischen 25 und 70 Damage. Also streng gesehen wäre die jetzt schon stärker, weil sie sowieso zwischen 40 und 60 immer macht. Hm. Und vor allem die geflammte Klinge. Ich brauche eine Schmiede, die damit sich auskennt. Oh, wie cool bitte ist denn das? Ich habe nämlich die ganzen Materialien, habe ich ja schon. Schmiedfähigkeit wird benötigt. Kann ich schmieden? Kann ich das schon? Ich hoffe. Fähigkeit. Ich hoffe, dass ich das schon kann. So muss ich mir halt noch beibringen. Ein bisschen Geld habe ich noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die... Äh, dass die Dingens das gut können. Vielleicht die Dämonenjäger. Soll ich gleich schmieden gehen? Oder soll ich mir noch vorher... ...das da oben antun? Ich tue mir das nach oben an. Ich schaue mir das noch an. Passt, glaube ich, gut. Na, ihr Hüllenkrüppel, kommt her. Oh ja. Selbstverständlich. So, aufs Goschert. Gell, finde ich auch. So, gib mir deine Sachen. Zähnchen. Und was haben wir hier noch Schönes? Ein Baumwürger. Darum schaut es hier so aus. Der hat den Baum zu sehr gewürgt. Du hässliches Viech. So, das nehmen wir auch mit. Hier oben war ich noch gar nicht interessant. So, komme ich hier lebend runter? Das wäre ein Träumchen. Ja, ist, glaube ich, machbar. Mir kommt vor, ich war da schon hinten. Waaah. Waaah, langsam. Mir kommt vor, ich war da aber schon drin. Aber nicht ganz drinnen. Stimmt. Ich war, glaube ich, nur bis zum Eingang. Aber noch nicht ganz drinnen. Weil, ich glaube, da gab es diesen, diesen, ähm... Wie hier heißen die jetzt schnell? Schattenlord, ne? Glaube ich, gesehen zu haben. Oder habe ich generell gesagt, nein, lieber nicht. Wegen Ressourcensparen. Irgendwas war da, glaube ich, ne? Wir sind ja nur bis hierher gekommen. Da ist er. Genau, Severin. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere das jetzt mal nochmal. Nochmal, nochmal. Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. Ich gehe da mal rein. Oder war ich eh drinnen? Ich weiß es nicht mehr. Na, da war ich noch nicht drin. Ja. Und ein schwarzer Kuhl. Na, da war ich definitiv nicht... Ah, ich glaube, ich hatte Angst vor dem schwarzen Kuhlbarnus. Das war heftig. Boah. Das, was jetzt natürlich kein Problem mehr für uns ist, derweil. Okay, der Scherke hat nix. Der hat mal ein Stecken. Gar nix für uns. Du armer Tropf. Und da ist noch so ein schwarzer Kuhl. Au, au. Du Mistfisch, du Dreckers. Das war heftig. Das war heftig. Stimmt. Und laut sind sie auch noch. So, würde ich sagen... Aber schön ist es hier herinnen, trotz allem. Hier so mit Faltern und leuchtenden Pilzen. Unten ein Sumpfgolem. Ein Schäl zur Dekoration. So, immer fester drauf. Sehr gut. Diamant und Golemherz. Sehr schön. Diamant und Golemherz. Äh. Was ist denn das da? Oh, ne schöne Truhe. Und da ist ein Pflanzl. Schattenfeuer. Okay. Die Truhe kriegen wir auf. Wer hätte das gedacht? So. So. Okay, dann so. Fackel, rum, Bolzen, Bauplan für den Ring aus einer anderen Welt. Ja, das ist ein grünes Herz. Schwanzstachel. Hiebwaffe und Astralsicht kriegen wir dazu. Dunkle Schatten umspielen diesen Ring. Das ist ja sehr verlockend. Was genau als Ehering, oder? Für die Frau, ne? Ich darf das sagen. Ich bin selber eine. Ja. Und manche Frauen sind ja wirklich äußerst furchteinflößend. Aber auch Männer. Also wir kommen uns nix... Wir lassen uns da nix zu Schulden kommen. So. Wir können es beide. So. Okay, das sind drei. Das habe ich jetzt eventuell leicht übertrieben. Au. Au, au, au. Ja, ja. Ja. So, geht das einmal nicht. Okay, jetzt sind es vier. Ich glaube, ich hätte ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ich sollte mal was trinken, glaube ich. Was ist denn? Machen Sie doch keinen Stress. Sie werden ja alle getötet. Au. Au. Bist du wahrisch. So, da waren es noch drei. Na, fünfe sind es sogar. Okay. Das ist ja ein Fest. Au, 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 au. Ja, ist es schon gut. Bitte regen Sie sich nicht auf. Gott, der ist erledigt. Fünfe, Alter. Das hätte ich niemals überlebt. Boah. Diese Höhle ist schuld daran, dass Sebastiano durchgedreht ist. Aber ich konnte das fette Schwein sowieso noch nie leiden. Ja. Das war wieder einmal sehr freundlich. Knochen, Krallen. Einer fehlt. Wo liegt er denn? Da drüben. Da ist eine Leiche. Gut, das ist wieder speicherungswürdig. Da war ein Wä niemals durchgekommen. Da war ich kläglichst verreckt. Hallo. Ein toter Soldat. Eine Fackel erhalten. Sehr schön. Und eine verschlossene Truhe noch. So, mal schauen, ob ich die aufbringe. Okay, so einfach wird das nicht diesmal. Jetzt. Nein, doch nicht. So, auch vier gehen nicht. Hey, hallo. Okay, das bringt sich auch nichts. Aber jetzt haben wir es. Boah, das war jetzt echt ein schweres Schloss. Aber passt schon so. Das soll nicht immer leicht sein. Wurfdolch, Gold, Knochen und Runenhaut. Nehmen wir alles mit. Also eine Rune. Rune, Runenhaut. Ein Geisterpilz. Dass es hier keinen Schattenlord gibt. Bin jetzt da fast verwundert. Deshalb speichere ich nochmal, sicherheitshalber. Nicht, dass wir hier noch böse überrascht werden. Aha, da liegt... Da hinten haben wir auch noch was. Kann man das ernten? Nein. Okay, sind da zu Zierde. Wen haben wir denn da? Ein toter Soldat. Offiziersring. Hier ist auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die ganze Hitze kaputt. Kristallportal. Zerstören. So, nieder mit dir, du Ding. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Erfolgreich. Tada. Super. Super, 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 super. Fein, fein. Für den Fall, dass ich das Spiel aufhängen sollte, was mir noch nicht passiert ist, werden wir speichern. Alles, was gespeichert ist, bleibt gespeichert, Gott sei Dank. So. Kann man den Schädel da mitnehmen? Nein, es ist zu Zierde. Passt. Aber schön ist es ja trotzdem mit den Wurzeln hier, die da wachsen. Das ist, glaube ich, die wird ja schon mit Abstand die schönste Höhle sein von diesen Schirgen, denke ich mal. Passt. Dann hätten wir das auch. Kein Schattenlord, leider. Muss ich echt sagen, leider. Da ist noch eine Blutwurzel. Weil, äh, hätte man auch ein Herz kriegen können, ne? Du, ich bin fertig. Eines Tages werden... Okay, interessiert ihn nicht. Gibt es jemanden, den das interessieren könnte? Muss man kurz schauen. Logbuch. Vielleicht. Nein, interessiert keinen. Dann würde ich sagen, als nächstes vielleicht die Krabbenküste zu besuchen. Weil, da gab es hier noch die gehärtete Krabbenschale. Wobei, es wäre Antigua fast besser. Haben wir da mehr Quests? Nein, es wurscht. Dann würde ich sagen, die Krabbenschale auf der Krabbenküste. Weil hier auf... Äh, Dings sind wir fertig. Der Kriguer. Normalerweise. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, Seekarte. Borten wir uns wieder dahinter. So, lala. Dann laufen wir das Stückchen runter. So, du sollst jetzt fertig sein. Keine Angst mehr vor den Schergen. Interessiert dich das? Nein. Nee. Dann trinken wir noch einen Schluck. Haben wir uns verdient. Sind wir eh durstig. Nach dem Kampf. So. Oder... Nein, das hätte ich damals nie geschafft. Nie. Das waren jetzt fünf schwarze Kuhle. Das heißt, wenn ich es geschafft hätte, sie einzeln zu pullen. Boah. Völlig, völlig undenkbar. Was ich da hätte müssen an Tränke... Also an Grog und Rum und Fussel wegsaufen hätte müssen. Wahnsinn. Völlig, völlig chancenlos. Ah. Wen haben wir denn da? Hallo. Hey, du kannst es nicht lassen, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ich sag dir was. Wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch. Hoffe, das Biest, das in dem Mangroven haust, kommt nicht rüber zu uns. Du bist ein Schisser, Holtby. Das Biest im Osten hat Besseres zu tun, als dich halbes Hemd zu verputzen. Psst. Ich glaube, der Sack belauscht uns gerade. Alter, du... Zu dumm, dass unser Kommandant in See gestochen ist. Das ist kein gutes Zeichen. Du trägst doch sicher noch mehr Gold bei dir. Du trägst doch sicher noch mehr Gold bei dir. Das nimmt sich gleich aus. Nein, du hast alles bekommen, was ich habe. Mehr kannst du nun wirklich nicht von mir verlangen. Was ich kann und was ich nicht kann, überlässt du mal schön mir. Boah, ich mach's jetzt einfach mal. Die waren jetzt sowieso erst. Du bist wirklich der mieseste Schweinehund, den ich kenne. Richtig. Hier, das Ding ist sicher noch ein paar Münzen wert. Jetzt können wir sicher über das Seele Minus. Danke. Ein Schattenwesen haust in Mangroven. Ein Schattenwesen haust in den Mangroven? Hab doch gewusst, dass du uns belauscht hast. Dir erzähle ich bestimmt nichts. Frag doch Tenna. Na dann. Mir brennt er. Was ist das für ein Schatten, den du im Gespräch mit Holtby erwähnt hast? Ah ja, da war ja noch ein Schattenwort. Warum steckst du deine Nase ständig in fremde Angelegenheiten? Und überhaupt, vergiss mal die Schatten. Die machen mir keine Angst. Irgendwann kommt Verstärkung und verschicken sie in das Loch zurück, aus dem sie gekrochen sind. Die Schatten sind eine Bedrohung für uns alle. Ach, mir aufs Maul geben können, aber bei den Schatten den Schwanz einziehen. Bist wohl doch nur eine Lachnummer. Ich wette, dass du der Kreatur aus den Mangroven nicht gewachsen bist. Doch, weil es ein Schattenwort ist. Solltest du es doch packen? Gebe ich dir 250 Goldstücke. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen. Wo genau ist das Viech? Das mal zuerst. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen? Jetzt komm mir nicht so. Mit deinem Gelaber kannst du vielleicht bei einer Hafenbraut Eindruck schinden. Aber nicht bei mir. Also, nimm diese paar Münzen und sieh zu, dass du eine Schulter zum Ausheulen findest. Hauptsache, du gehst mir nicht auf den Sack. Wo genau in den Mangroven soll denn dieses Schattenwesen sein? Abgemacht. Aber zuerst, wo ist das? Wo genau in den Mangroven soll ich nach diesem Schattenwesen suchen? Wie wäre es, wenn du deinen Arsch erst mal rüberschwingst? Wirst im Osten schon fündig werden. Ich weiß genau, wo es ist. Abgemacht. 250 Goldstücke und das Biest aus den Mangroven stirbt. Ja. Ich gehe noch immer davon aus, dass es dich in Stücke reißt. Wäre kein Verlust. Danke. Halt lieber das Gold bereit, wenn ich wiederkomme. Ja, bitte. Gut, das machen wir jetzt natürlich auch noch schnell. Der Schattenlord war mir schon öfters ein Dorn im Äuglein. Jetzt muss ich nur schnell... Wo war denn das? War das hier? Das war hier. Das war hier, glaube ich. Warte mal. Ah, blablabla, blablabla, Taranis, Takarigua, Schattenlord, Karte. Zack. Ich glaube, das war hier drüben. Ja, genau. Den Kerl. Da habe ich nie was zum Borten gefunden. Das heißt, ich muss... Scheiße. Ausgerechnet mit dir muss ich hier stehen. Jetzt muss ich da rüberschwimmen, glaube ich. Die Panther aus dem Lack. Was? Äh, speichern. Ich hoffe, dass ich da rüberschwimmen darf. Werden wir gleich feststellen. Wenn es mich wieder zurückkickt, dann nein. So. Aber mit ein bisschen Glück darf ich hier rüberschwimmen. Das wäre zumindest mal der kürzeste Weg. Ich glaube, das sauf ich ab, ha? Oder? Oder? Oder ich habe wirklich Glück. Ah, ich habe Glück, glaube ich. Jetzt hätten wir es fast geschafft. Dann brauche ich nicht den ewig langen Weg rüber zu ronnen. Ronnen. Rüber zu ronnen. Genau. Genau hier. Dieser Flecken erinnert mich an den Sumpf auf Taranis. Das macht die Gegend allerdings auch nicht besser. Nein. Niedergemäht haben wir hier schon so ziemlich alles normalerweise. Oder fast alles. Das gibt es wirklich überall. Ja. Macht nichts. Die Mama platzt. Sind nur Skelette. Da hinten ist noch so ein Magierviech. Oh, ich glaube, der kommt jetzt. Würdest du jetzt mal eingehen? So, der andere noch. So. Auf die Gursch. Sehr gut. Ja. Ganz eindeutig. So. Ja, mit deinem Saal. Mit deinem Gerippe. Da war noch irgendwo einer. Hier. Gut. Dann zücken wir unsere Waffe. Dann speichern wir das Ganze natürlich. Oh, der Part ist zu Ende. Warte, dann machen wir das im nächsten. Da vorne ist er, glaube ich, schon der Lord. Ich weiche noch ein Stückchen aus. Ich muss noch die Viecher rundherum killen. Hä? Was tut das gerade? Ich hoffe. Na gut, ihr Lieben. Das war es dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.